Maschinen. Oder auch nicht. Kommt ja vermutlich gleich der Zug und überfährt uns. Ich liebe es, so punktgenau vorbeizuspringen. Nein, 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 nein. Nein. Was sollst du doch nicht tun? So, wo muss ich denn da jetzt hin? Wie und sowieso überhaupt? Ich habe doch nur begrenzte Zeit. Ist da hinten noch Geld drin? Ja. Ja, da ist auch Geld. Geld liegt nicht auf der Straße. Es hängt in der Luft rum. Weiß man ja. Ist bekannt. Komm ich da jetzt irgendwo wieder raus? Ach richtig, ich komme ja hier wieder hoch. Doch. Nein, doch. Hä? Ich habe den Geldschein mitgenommen? Hä? Das ist ein verarschendes Spiel. Den hatte ich doch liegen gelassen. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal so fest durchstehen. Das war dieser Schein, den mir nur so scheiße rankam. Och nö. Es gibt so ein paar Sachen, die sind echt scheiße positioniert. Und dazu gehört zum Beispiel dieser Schein. Was fehlt mir jetzt noch? Ach, die U-Bahn-Schienen. U-Bahn-Schienen. Was kann doch schon schief gehen, wenn wir da dran greinten? Sind halt mit Starkstrom. Warum hat er da hinten irgendwas hinterher schleifen? Ich weiß gar nicht so genau, das ist ein Glaube. Ne, so ein Taxi möchte ich wirklich nicht haben. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Neck mich. Warum muss ich denn da rumgrinden, damit es zählt? Ach so, das soll die Abgase sein. Ah, jetzt habe ich es erkannt. Das ist schon so ein bisschen eigenwillig, muss ich sagen. Na, das macht mir erst mal nach. Warum ist da hinten ein Tor? Mir wäre es neu, dass U-Bahn-Schienen mit Dings, wo uns Toren versehen sind. Also U-Bahn-Strecken. Ich sehe schon wieder. Ich glaube, den erwische ich von hier auch nicht. Ah, ich kann hier auch hoch. Das sehe ich jetzt erst. Das ist mir ja ganz neu. Das war früher nicht. Als ich früher jung war, da hatten wir sowas nicht in Tonio Pro Skater 2. Riecht mir aber auch nicht viel, weil ich so nicht an den Scheinland komme, wie es aussieht. Riecht wahrscheinlich nur an meiner eigenen Unfähigkeit, aber das ist kein Argument. Das ist keine Rechtfertigung. Wenn ich alles auf meine Unfähigkeit schieben würde, wie es... Schön, dass wir mal drüber geredet haben. Ich finde auch dieses Fließband so gut animiert. Ich finde auch diesen Zug so... Zug... Was? Das geht? Okay. Ich habe den nicht gerade wirklich verfehlt. Nein. Ich bilde mir nur ein, dass ich ihn verfehlt habe. Das ist ein Leck im Livestream. In Wirklichkeit habe ich ihn erwischt. Diejenigen, die auf YouTube gucken, da editiere ich das einfach nach. Man könnte... Mein Bitte ist, wie albern ist das denn? Ich spiele doch nicht daneben. Na also. Du hast einen neuen Level. Nein, ich möchte jetzt nicht. Ich möchte speichern. Dann werde ich natürlich erst nochmal Geld ausgeben. Das könnte ich tun. Ich habe ja... 10.000 schon wieder. Auch immer ich die hier habe. Drehung noch ein bisschen. Dann habe ich schon wieder kein Geld mehr. Ich habe ständig kein Geld. Wow. Weiter mache ich es gleich durchgespielt. Ja. Sie müssen jetzt erstmal eine halbe Million Krankenhauskosten zahlen. Wow. Wie ich es einfach drauf habe. Ich dachte, ich würde jetzt da grinten. Ich dachte, ich würde jetzt... Ja. Wie ich es schon mal denke, ne? Eine von fünf Sprühdosen. Ist hier noch irgendwas? Nö. So gar nicht. Ja, jetzt extra langsam. Oho. Pfff. Alter, der war knapp. Der war schon immer knapp, Mann, Alter. Das war schon einer Scheiße, jetzt zu kacken. Aber hin! Ich wollte auch keinen... Nein. Ja, das wollte ich jetzt garantiert machen, Spiel. Ein Special Trick. Mich um 900 Grad drehen. Während ich hier so einen kleinen Sprung mache, natürlich. Musst du mir nicht über den Typen auch irgendwas machen? Wie jetzt erstmal der Sand ist. Die Welt finde ich ehrlich gesagt ziemlich merkwürdig aufgebaut. Da habe ich immer so meine Probleme mit gehabt. Also vom Design her, so... Vielleicht habe ich da auch einfach nichts drauf, ne? Sind wir nochmal ein bisschen realistisch. Ich mache jetzt halt den Highscore. Oh nein, das ist extrem. Die Profis... Ach, wie auch immer. Das reicht doch nicht. Aber jetzt... Hoffe ich. 200... Ja... Sonst habe ich nichts gesammelt, aber... Wenn wir schon nichts zu Sande bekommen, dann wenigstens das, ne? Wenn ich schon nichts kann, dann wenigstens richtig. So, wo haben wir denn die nächsten Sprühdosen? Ich suche die jetzt mal, glaube ich, ich bin gezielt aus. Sonst wäre das in der... Sind das ein merkwürdig Hintergrundgeräusche? Was war das denn jetzt? Naja, du stinkst und bist scheiße gesprungen. Hm. Das ist kein Argument. So scheiße war der Sprung gar nicht. Okay, das mit dem Stinken stimmt, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ich jumpe natürlich an. Ich wollte irgendwie nur die Sprühdosen sammeln, habe ich gesagt, ne? Hm, ja, ja. Soll ich mir auch manchmal selbst tun, wenn ich rede? Äh, nein. Aus Prinzip schon nicht, so. Konnte man da hochjumpen oder ging es da nur rüber? Nein, da ging es hoch. Das heißt, dass wir gucken, wo es weitergeht. Äh, das ist das Tape. Hm. Nein. Soll ich langsam mal noch irgendwas gebacken bekommen? Ich soll mein ganzes Leben noch nie was gebacken bekommen haben. Warum soll es jetzt mit anfangen? Ach, da ist das T. Was fehlt mir jetzt noch? Das S und das K und das A. Das S habe ich schon. Deswegen fehlt es mir noch. Hä? Okay, da ist das A. Jetzt fehlt mir noch das. Was fehlt mir jetzt noch? Nein. Nein. Ich habe wieder nichts gesammelt. Ganz toll. Wow. Das war ja toll, so. Okay. Wir fangen nochmal an. Nochmal auf diesem hohen Niveau wie eben. Ist ja noch irgendwas. Nein. Ist nichts mehr. Gut. Dann sollten wir jetzt langsam mal sinnvoll anfangen, richtig zu spielen. Ich fange jetzt mal an, richtig loszulegen. So, das war richtig losgelegt. Ich höre jetzt wieder auf damit. Und hier drehen wir uns. So, äh, das müsste irgendwo hier der nächste Gustave kommen. Also irgendwo. Hier vielleicht? Nein. Hä? Das müsste ja normales... Ach, da oben ist das K. Ah. Achso, du hängst da zwischen zwei Rampen. Oh, wie ich perfekt rüber geschwungen bin. Entweder man springt nicht hoch genug oder zu hoch. Oder man bricht sich das Genick. Wie im richtigen Leben. Manchmal bricht man sich eben einfach das Genick. Warum denn nicht? Hat ja noch ein Ersatzgenick und so, ne? Irgendwo müsste hier doch noch eine Spraydose liegen, oder nicht? Da ist noch eine, aber da fehlt immer noch eine. Okay, wir haben Skar. Oh, da fehlt jetzt auch ein Gap. So, wir können jetzt Skar spielen. Jetzt brauchen wir noch das E. Das ist das E. Ah, da hinten ist das E. Ein. Ein, 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 boah. So, wenn ich jetzt noch das E bekommen würde, wäre das eine feine Sache, muss ich sagen. Und jetzt lande ich erstmal. Wow, ich habe eine ganze Aufgabe geschafft. Ich bin so stolz auf mich. Ich habe es einfach so drauf, verstehst du? Ich habe es, es ist einfach, das darf man gar nicht hochladen, sowas. Ja. Ich sollte was spielen, was ich kann. Also, ich wollte was spielen, was ich kann. Aber ich habe festgestellt, ich kann nichts. Das war, ich kann zum Beispiel diese Rampe rauffallen. Also, ein Stück weit, ne. Richtig rauffahren kann ich nicht, weil das ist schon wieder zu viel für mich. Aber sonst läuft es ganz gut. Letztens habe ich einen Speedrunner von gesehen. Ne, vom Dreier war das. Der ist irgendwie in so einer 20 Minuten oder so durchgespielt. Kann man schon mal machen, ne. So 20 Minuten einfach bis zum Video. Das ist einfach sportlich, ne. So, Dosen. Ich suche Dosen. Was muss ich überhaupt mit dem machen? Aber der ist gar nicht hier. Ich suche leere Dosen. Ich bin ja auch eine zündliche Flasche, ne. Ich habe mir keine Ahnung, wo die sind. Ich hasse es. Ja, wie auch immer das funktioniert. Aber es funktioniert ganz offensichtlich, ne. Jetzt fehlt mir die letzte Dose. Das ist nicht gut. Nein, 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 nein. Moment, habe ich die da hinten schon? Nein, sehr gut. Perfekt gesprungen. Genauso hatte ich es vor. So, nicht anders. So, damit wenigstens irgendwas ich hier schaffe. Ah, ich wusste, da geht es irgendwo lang. Fünf Ollis über Saufbrüter. Das war auch wieder so eine Sache. Jetzt wird es langsam wieder kompliziert. Vor allem, weil ich jetzt schon nicht mehr weiß, wo die ganzen Sachen sind. Aber ich kann mich ja jederzeit selbst umbringen. Du hast unerlich viel Leben, denn du bist der Highland. Null. Das war jetzt die falsche Reihe. Nein, 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 nein. Ja, wie auch immer das geht. Das ist so physikalisch, glaube ich, unmöglich. Wenn ich irgendwie so... In einem völlig falschen Winkel, dann fange ich einfach an zu grinden, weil... Oder auch nicht. Vielleicht falle ich auch einfach nur auf die Fresse, ne? Ja, vielleicht springe ich auch einfach daneben. Warum nicht? Oder springe ich überhaupt nicht, oder... Ich will noch hoch. Will aber hoch, Mama. Wenn ich halt mal hoch käme. Na, also, war doch ein Kinderspiel. 250 Mäusen ist der ganz große Bruder von 50 Cent. Das ist sein Papa, praktisch gesehen, ne? Dieses Video wurde gesperrt, weil das Konto von 50 Cent enthält. Oh, da liegt doch mehr Geld. Oh! Pfff! Ich habe manchmal das Gefühl, das Geld geht einfach an mir vorbei. Ach du Scheiße. Ach, das war die Scheiße. Ich erinnere mich. Oh Gott. Das war auch total grauenhaft. Mein Kühler sagt Hallo. Sagt Hallo zu meinem Kühler. Ja, die Turbine ist wieder am Start. Was? Das zählt nicht. Leck mich. Das vielleicht. Das zählt. Das zählt. Komm, was? Das war doch Astrain gelandet. Ich meine, bitte. Ah. Ah, das wird noch ein sehr langes Litzplan. Nein, wird es nicht. Aber wenn ich so weiterspiele, glaube ich, ist bald durch. Weiß gar nicht. Soll ich mit dem anderen Skatern auch noch spielen? Das zählt auch nicht. Was zählt denn hier überhaupt? Das hat auch nicht gezählt, ne? Das zählt auch nicht. So, nochmal. Oh, da ist Geld. Das ist ein Saufbruder. Ich hol mir erst mal das Geld. Oder auch nicht. Ich hol mir schon mal nicht das Geld. Das Schiff da draußen fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Es ist so detailliert. Ja, natürlich. Das stand ich. Klar. Ich bin ja nicht auf die Fresse geflogen. Nein. So, mal kurz gucken. Hier ging es doch auch noch mal irgendwo lang, oder? Ja. Ui, da darf man nicht rauskommen. So. Hier lag nochmal Kohle rum. Die nehmen wir auch mit. Ist jetzt die Kohle hier? Nach da sehen. Okay, Geldscheine habe ich schon mal so. Dann war hier, glaube ich, so ein Gap. Ja. Oder so ähnlich, ne? Das geht ja mal gar nicht. Na, also. Das, glaube ich, statt nochmal neu. Neu starten kann man immer so. Wie kam man überhaupt darauf? Boah. Da habe ich auch keine Ahnung mehr. So, war hier nicht irgendwo. Nein, gewann das Saufbruder irgendwo. Ich stelle einfach ganz oft neu. Das passt schon. Mach ich auch sonst auch immer. Also wird alles mit meinem Alten. Das Spiel hasst mich schon wieder. Wie liegen die denn? Liegt nicht hier? Warum liegt der nicht hier? Jetzt rüber da. So, Nummer 1. Da habe ich natürlich keine Ahnung, wo Nummer 2 ist. Das ist auch so eine super tolle Sache. Ach, richtig. Hier musste ich, glaube ich, rüber. Das war dann Nummer 2, müsste das gewesen sein. Nein, das war Fetty. Was heißt ihr Fetty? Ich bin nicht fett, ja. Warum stört ihr das überhaupt? Ich würde das, glaube ich, nicht mal mitbekommen, wenn ich schlafe und jemand springt über mich. Moment, wenn ich da erst Nummer 3 sammle, wo ist der Nummer 4? Das ist jetzt wieder so eine Sache. Nein. Perfekt. Stand da. Perfekt. Das ist Nummer 3. Wo ist Nummer 4? Das wäre jetzt gut, wenn ich die vielleicht finde. Da hinten war ich schon. Hallo? Nummer 4. Nein. Ich glaube, da bin ich jetzt falsch. Verdammt, wo ist Nummer 4? Das geht ja gar nicht. Verdammt. 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 Ach, nö. Wieder nichts geschafft. Toll. Das wäre doch ein richtig spannendes Let's Play sehe ich jetzt schon. Total toll. Ist hier noch irgendwas? Nö. War der nicht eben hier? Nein. Der war irgendwo da hinten. Dammit war denn das wieder? Mein Gedächtnis ist nicht vorhanden. Das ist so das Hauptproblem. Gedächtnis wird eh völlig überbewertet. Hä? Wo war denn der? Der war doch da. Der Hürmeltransfer? Das kennen wir schon. Ach, da hinten war der richtig. Was? Warum? Ich bin wohl verarschen. Hallo? Spiel? Mal die Fresse. So, war der jetzt nicht dann da unten? Ja, da unten. Ganz ehrlich, ich würde da glaube ich wirklich einfach weiter schlafen. Gut, andererseits, ich schlafe auch nicht so oft auf dem Boden. Ich suche mir meistens eine gemütliche Parkbank. Da schläfst du dich deutlich besser. Nein, hier ist er nicht. Toll. Das heißt, ich bin hier schon mal falsch. Also wie gesagt, die Parkbank ist sehr viel gemütlicher. In einem schönen Park oder so. Wird mal nicht so oft von einem Hund angepisst, wie ich sonst. Kennt das vielleicht ein oder andere so. Wo ist denn der jetzt? Nein, nicht hier. Verdammt. Ach nö, wieder nichts geschafft. Hier irgendwo, ich höre ihn doch schneichen. Da. Jetzt muss ich wieder ganz vor, wahrscheinlich. Schaffe ich. Das war auch, wie ich das schaffe. Nein, das ist eine Treppe. Jetzt schaffe ich es nicht mehr. Die Treppe war schuld. Wirklich. Das war nicht mal eine Unfähigkeit. Das war nur die Treppe. Du hast anders behauptet, du lügt einfach so. Wo war denn der jetzt? So, ich habe es schon wieder vergessen, wo ich hin muss. Nein, ich bin jetzt gar richtig. Warum zählt das nicht? Halt die Schnauze. Das war doch eindeutig drüber. Können wir das nicht kaputt machen? Nein. Wir wechseln sich, glaube ich, schon wieder mit einem anderen Teil. Problem ist, wenn man mehrere Spieler hat, verwechselt man die irgendwann miteinander. Ich verstehe gar nicht, warum. Sie sind so total unähnlich. Aber total, Mann. So, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles wird gut. Alles wird gut. Schließlich spiele ich hier ja. Oh. Was will der von mir? Ich rede keine Untermenschensprache. Lern mal Deutsch. Wo ist das letzte Mal? Da hinten? Na, das macht man nach. Was auch immer ich da gerade gemacht habe. Wo ist denn der Mistkerl jetzt? Das ist nur einer. Das können sie nicht fünf verschiedene. Das kannst du mir nicht erzählen. Ist er doch. Auch immer noch das Venizelage. Wo ist denn das? Nächste Frage. Wie mache ich einen Tileslade? Nosslade. Lipslade. 50-50. Tileslade. Also nach links. Gut. Dass ich mir noch herausfinden, wo das Ding ist. Und dann kann es losgehen. Das werde ich wahrscheinlich eh nie finden. Aber hey. Ich springe da erst mal runter. Kam er denn da überhaupt dran? Und wo sind diese Kack-Gaps noch alle? So viele Möglichkeiten kann es ja da nicht geben. Moment. Ich habe da gehört noch eine Idee. Aber die wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ist ja auch von mir. Die muss funktionieren. Nein. Wenn ich eine Rampe wäre. Wo würde ich stehen? Ne. Hier schon mal nicht. Richtig. Man konnte ja glaube ich hier dann so rauf springen. Nein. Konnte man nicht. Leck mich. Ich gehe nach Hause. Ich bin schon so ausgedankt. Der Witz kommt auch immer wieder gut. Ja. Ich breche mir mal wieder das Genick. Vielen Dank.